Also lustigerweise dazu sagen, manchmal diskutieren wir auch lange über Dinge, wobei wir das gleiche meinen, nur manchmal hatte jeder die anderen Worte und wenn man dann gerade nicht so einen guten Tag hatte, diskutiert man, warum verstehst du dich am Ende so, hä, das habe ich doch die ganze Zeit gesagt, ja, ich auch, okay, super, dann passt das ja doch wieder.